Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, in Kürze treffen Sie eine wichtige Entscheidung bei der Bürgerschaftswahl. Für Ihre Stadt, aber auch für das Land. Erstens, eine verstärkte Linke bringt mehr Leben in die Bürgerschaft. Und zweitens bringen Sie mit einer Stimme für die Linken zum Ausdruck, dass sie in Hamburg mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Chancengleichheit in der Bildung fordern und die Steuerverschwendung endlich aufhören muss. Aber Sie sagen auch nach Berlin, was Sie wollen, nämlich ein Ende des Afghanistankrieges, einen fairen Hartz-IV-Regelsatz und nicht das, was da im Wahlkampftheater veranstaltet wird. Sie sagen auch, dass Sie den Niedriglohnsektor ablehnen, dass Sie die prekäre Beschäftigung ablehnen, dass wir Vollzeitarbeit stellen wollen. Und Sie bringen zum Ausdruck, dass auch auf Bundesebene etwas für die Chancengleichheit in der Bildung getan werden muss. Und nicht zu vergessen, dass Sie für Steuergerechtigkeit stehen. Ich bitte Sie, denken Sie mal an die vielen Millionäre in Hamburg, was da zusammenkäme, wenn wir Steuergerechtigkeit hätten. Für Ihre Stadt und für unser Land. Bis bald.